Und wir sind es schon wieder. Was heißt schon wieder? Wir haben ja jetzt eine Woche Pause gemacht. Dafür sind wir jetzt in Vollbesetzung. Also mit Lüsi, mit Kim und mit dem kleinen Sammy. Wir machen heute nur Lemberger. Nicht nur Württemberg, schon überwiegend, aber es ist zumindest ein Produzent aus Rheinhessen dabei. Es sind viele große Gewächse, es sind aber nicht nur große Gewächse. Wir fangen auch sofort an. Drei, vier, fünf. Fünf, neun, acht. Jetzt riecht ein bisschen rustikal. Ganz schön nach Kaffee. Malzig und ein bisschen gekocht. Malz, ja. Malz haben wir schon gesagt. Ja, und getreidig ist das auch. Kaffee. Ja, aber es ist kein Kaffee. Ja, also... Ja, also... Ja, da ist auch Milch drin in dem Kaffee. Also es riecht alles in allem so ein bisschen... Du riecht es ja eh nicht so ein bisschen wenig laktisch, hast du ja hingeschrieben. Ja, ja. Also ein bisschen überreif. Karamell, Karamell finde ich, merkt man, wird es in der Nase. So geht es auch weiter. Also kompottig, karamellig, Kaffee, also Milchkaramell. Ich meine, das hat schon Substanz. Aber... Das ist auch ein Zug. Dieses Eingekochte. Was sagst du? Er hat auch ein Zug und er ist auch eine Tiefe da, aber mich stört auch das Eingekochte. Er hat einen gewissen Säurebiss, das kann der Lemberger halt. Das hat auch was sedriges. Da sind irgendwie 84 Karamell schon. Ja, finde ich auch. Das kann ich erst 86, aber das ist so gar nicht das, was mir so schmeckt. Das schmeckt halt viel. Meins wäre das auch nicht. Nein, es geht ja auch gar nicht darum, was einem wirklich schmeckt. Qualitativ hat es ja auch so gewisse Einschränkungen, weil es halt in den Konturen zerfließt, ein bisschen zerkocht wirkt, überreif. Ja, es hat Substanz und es hat jetzt mehr Säure bis als gestern, aber... Ich finde, der wirkt noch nicht so ganz harmonisch. Ja, das reift nur sehr bedingt zu seinem Vorteil sowas. Das ist so läschert, das wird mit Reife wahrscheinlich eher noch breiter. Denke ich auch. Also das ist mir einfach spurüberzogen. Das ist schon unser erstes großes Gewächs. Das ist Graf Adelmann. Heißt, der schwarze Löwe 2015, großes Gewächs, wie gesagt. Kleinbord war er, oberer Berg. 3, 4, 5, 8, 1, 7. Das merkt man auch hinten raus, auch die Länge ist sehr eingeschränkt, weil das alles ein bisschen in die Breite geht und so ein bisschen, das macht ein bisschen schnell schlapp. Von dem Alkohol, den man merkt, ganz abgesehen. Die ist ein bisschen säuerlich und ein bisschen grün. Etwas bloch, wenn es dazu gekommen ist. Naja, die Nelken stehen schon drin. Hast du das mit mir gesagt, dass ich schon gar nicht mehr, wer das war? Da waren wir doch zu dritt. Waren wir zu dritt? Ja. Achso, na toll. Kann ich ja euch die Schuld geben, wenn was falsch läuft. Genau. Ja, also wie gesagt, das ist ein bisschen säuerlich. Das hat so ganz leicht grüne Töne mit drin. Das ist ein bisschen krautig fast. Ja, es ist relativ kühl und eher so ein herber Stil. Und auch am Garmin ist da das was. Das ist eine lebendige Säure und auch so ganz leicht grün pflanzliche Aromen, die da interessanterweise gar nicht drin stehen. Wobei was Beeriges irgendwie auch dabei ist. Also so Johannesbeer. Die Frucht hat er freilich auch. Er ist eher noch so Lorbeer oder so. Lorbeer ist gar nicht so schlecht. Aber es hat was ein leichtes Bitter, das Tannin bremst ein bisschen. Er ist frischer und klarer strukturiert als sein Vorgänger. Dafür ein bisschen grün und er hat nicht ganz die Substanz. Also, es sind fünf oder sechs. Also wenn der vorherige sechs hat, der hat ja auch sechs. Also meiner Ansicht nach. Das macht er schlechter. Ich kann schon damit gehen. Ja, also weniger würde ich ihm jetzt nicht geben. Gut. Da sind wir in Rheinhessen. Das ist das Weingut St. Antoni. Blaufränkisch am Turm. Wir haben die drei, vier, fünf, sieben, sechs, acht. Halt, Jahrgang, haben wir das schon gesagt. Haben wir das gesehen? Haben wir nicht gesehen. 15. Das ist wirklich geschliffen in der Nase. Das ist kühl, das ist gerad. Das ist sehr klar. Hm, was würde ich sagen? Das ist auch fester von der Nase. In die anderen. Ja, das ist der feinere. Und auch reintönigere von allem. So bleibt es auch. Das ist auch im Mund kühl, geschliffen, saftig. Ähm, schlank, aber schon mit Zug und Biss. Zur merklichen Säure Biss. Ja. Aber auch schöne Abomate. Ja. Pfeffrig, bisschen lustig. Aber nicht opulent oder so. Nee, gar nicht. Mir gefällt die schöne, saftige und auch frische Frucht. Das ist auch Rotbeere, bisschen was schwarzes und Kirschenzimmer drin. Mhm. Das kühl mir echt was. Eben die frische Frucht. Ja, es ist nicht ewig tief, aber es animiert und es animiert jetzt schon, obwohl es ein junger Wein ist. Er muss punkte technisch noch haben. Aber er ist, er ist einen besser. Das ist eindeutig der schönste Wein bis jetzt. Ja. Das macht auch richtig Spaß. Ja. Gut. Wo ist Hämmer da? Der Dautels. Das ist Dautels 2015er Lemberger Gips Kuiper. Das wirkt ein bisschen tiefer noch, ist der letzte jetzt. Das ist, ja, da steht ein bisschen verschlossen drin, das würde ich heute noch unterschreiben. Ja, aber es ist schon ein bisschen offener wie gestern. Gestern war er ja wesentlich verschlossen. Ich finde, als wäre er diesen nussigen Ton bekommen, erinnert mich fast ganz dezent ein bisschen an Marzipan. Ja, so ein Hauch Marzipan hat er. Ja, das ist so ein bisschen Atmos, finde ich. Ja, das auch. Und da steht das Grüne drin, das hat er weniger als gestern. Ist das ein 14er? Ja. Ja, ich finde eher, der hat noch so etwas Tabakiges in der Nase. Ja. Also wir hatten es gestern öfter, dass die 14er auffällig waren in der Blindprobe, weil sie so einen leicht grünen Beiton hatten. Und zumindest bei dem hier hat sich das sehr in Richtung Frische gewandelt. Also es hat überhaupt noch mehr diesen Touch vermuteter Unreife, der gestern noch drin war, sondern das hat sich gut eingebunden. Und das ist sehr lebhaft und frisch, aber auch fest. Es ist auch eine sehr fokussierte Nase, die ist komplex in einer gewissen Art. Und straff. Und straff. Das straffe hat er auch angekommen. Was wir nicht drin stehen haben und was man heute ein bisschen mehr merkt, ist, dass so röstiges Holz dazu kommt. Es ist nicht aufdringlich, es ist aber da. Es gibt eher noch ein Stück mehr Rückgrat. Ja, gestern war das sehr beherrscht auch noch von diesem ein bisschen antrockneten Zanin. Und das hat sich wirklich gut eingebunden. Ich wurde schon wieder geschimpft, dass ich so sehr auf den Tasten rumhack. Von uns aber nicht, oder? Ich war unterwegs von, von, da hat irgendwo haben sich Zuschauer bekannt. Leichtfüßig ist es auch nicht. Was? Du machst es auch nicht leichtfüßig. Ja, ich hab halt... Duf, 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 duf. Normalerweise sagst du immer, das will ich nicht irgendwas beschimpfen, aber es ist ja jetzt gut, dass du es nicht mehr anders wirst. Ich wurde nicht beschimpft, es wurde nur bemerkt. Angemerkt. Angemerkt, aber du behauptest immer, dass wir an dir sind. Ja, wenn ich das behaupte, habe ich ja recht. Also, das ist jedenfalls ziemlich fest und saftig und da reichen 86 bei Weitem nicht. Das sind ja 8. Ja, würde ich auch sagen. Gut, so. Ja, ja. Da wundert man sich, dass ich auf den Tasten rumhacke. Irgendwie muss ich das ja loswerden, mein. Richtig. Ja, ha. Das hält auch länger. Wie, wie. Ach, sind wir uns da einig? Ja. Da sind wir schon wieder bei Dautl. Dautl, Lemberger, Bönnigheimer, Sonnenberg ist das. Noch kein großes Gewächs, aber schon Lagenwein. Also, sprich, müsste ja dann rein theoretisch erste Lage sein, oder? Steht vorsichtshalber nicht drauf. Da steht es aber. Erste Lage, richtig. Einmal schnell 9. Ja. Und die Nummer? 3, 4, 6, 0, 8, 6. Du hast es so schön erzählt, da wolltest du nicht ins Wort fallen. Das ist von der Nase ganz anders. Das ist, ich wollte es gerade sagen, das ist sehr... Also, recht kühl auch. Kühl, kleinbeerig, ganz frisch. In seiner Aromatik. Sehr geschliffen wird er. Ich finde, da geht viel ab in der Nase. Mhm, ja. Also, was frisch Kräuterig ist. Petersilie oder sowas. Naja, also dieses Frische steht ohnehin schon drin. Das Kräuterige steht drin. Was ein bisschen fehlt und was ich jetzt habe, ist so der Granatapfel. Das ist immer so diese Mischung aus Rotenbeeren und Zitrusaromen und sowas. So ähnlich habe ich das. Und das wirkt recht nobel immer. Wobei es aber auch was Lustiges ist. Also wirklich so was Mandeliges noch hat. Aber nicht auch drin. Nee, nee. Ganz kühl. Also auch kühl. Ich finde allgemein, die Nase wird sehr harmonisch. Das ist ja auch richtig. Ja, das ist eine sehr schöne Nase. Das ist nobel. Und das hat auch gewisse Tiefe. Das ist sehr kühl und sehr straff. Noch ein bisschen eingesperrt. Also die Frucht ist viel zurückhaltender und fester als jetzt bei den Vorgängen. Und der ganze Wein hat einen ziemlich festen Kern. Und der wirkt auch relativ dunkel. Was Rotbeeriges ist am Gaumen. Das ist Himbeerartig. Ja genau, Himbeer. So, wie gefrorene Himbeeren schmecken. Wenn man es so sorgt. Aber... Ja, ich finde er hat aber auch einen sehr nussigen Tonkern. Cashewkerne. Das ist fettnussig. Ja. Ja, könnte ich auch zeigen. Ja, das ist ein moderatiges, ganz gut eingesetztes Holz. Das ist offenbar verursacht. Es ist auch nachhaltig. Und eine Pfeffernote habe ich noch. Die kann ja fast rein, weil blau-fränkisch. Aber das steht nicht drin, oder? Nee. Ja, das steht nur gewürzig drin. Gut, das wäre gut. Aber angedeutet gewürzig finde ich ein bisschen zu wenig. Man ist schon gewürzig. Also, ich finde er bei ihm toll. Auch die Mineralik hat zugelegt. Ja. Und er animiert und er macht Spaß. Der bleibt auch da. Ja. 87 Punkte reichen mir da nicht. Na na. Die reichen mir auch nicht. Da ist eher die Frage, sind es schon 9 oder sind es nur 8? Du würdest ihn nochmal reinstellen bei 9? Mhm. Ja. Bevor wir jetzt da irgendwas ins Blaue da machen, was ist denn los? Du, wenn du was sagen tätest, statt da rum zu fuchteln, wäre mir das... Cashew-Kern, ne? Cashew. Oh, da fehlt ein A. Danke dir, dass du das gesagt hast. Wieso? Dann fuhre ich mal dir. Ach so. Ich hatte halt Mut noch voll. Das hat dann mit Mecker nichts zu tun. Aber ich dachte mir, nee, das sieht wirklich so aus, als wenn das ein tschechisches Wort war. Also. Gut. Dann muss man es bei 90 nochmal rein, ne? Woher weißt du, dass das kein... Tschechisches Wort ist. Vielleicht heißt das ja... Kashew! Es könnte sein, dass da der Ursprung liegt. Aber wir schreiben ja Deutsch. Und du würdest es bei mir bemängeln. 3, 4, 6, 2, 2, 3. 2, 3, 3? 89 oder 89? 2, 2... Nein, 2, 2, 3. 89. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Nein, bitte bei 89. Wir haben 89 gesagt. Also wir zeigen den Wein noch nicht, bis er jetzt die Hürde genommen hat. So lang wie er gerade ist, glaube ich auch, dass er das kann. Also bis dahin sehe ich auch ich nicht, was es war. Das ist nicht ganz so dicht und konzentriert, aber das ist trotzdem geschliffen und fein in der Nasen. Mit der schönen Bären-Nase. Das wirkt recht jugendlich. Das ist eher... Das ist eher ein... 16er, oder? Ja, was ich bei dem jetzt irgendwie ganz anders finde, der hat jetzt tatsächlich was Florales für mich. Ja, ich habe da wieder eher diesen Marzipan. Ja, das kommt am Gaumen auch nochmal. Das hat eine sehr... Sehr geschliffene, klare, saftige Frucht. Das ist eher kühl. Das ist tendenziell eher schlank, obwohl es durchaus Substanz hat. Das Marzipan habe ich nicht drin stehen, aber das hat es. Ja, hat es. Kommt halt auch ein bisschen durchs Holz. Ja, man sagt dem Blaufränkischherr nach, hauptsächlich nach Brombeeren zu schmecken, aber Hebeeren sind doch immer wieder dabei und Sauerkirschen auch. Die kann ich auch nachvollziehen, das ist ja. Das sind aber auch am Gaumen, die kommen im Abgang nochmal richtig zu. Und auch dieser Saft. Der hat es gar nicht so leicht nach dem Vorgänger. Es wirkt auch deutlich jünger, aber eigentlich ist das sehr animierend. Also ich finde die 87 gut. Ich wollte es gerade sagen, ich würde den aber nicht nach oben tun. Also ich finde den recht fein, aber ich finde den steht auch gut. So wie der schmeckt, gilt der das ja auch gar nicht. Und wenn es wirklich 16 ist? Ja, ja, das ist ja dann Basis. Dafür ist das aber schon saugut. 16er Blaufränkisch-Bunter-Merkel von Karl Heidle. Also das ist noch nicht lang her. Oder noch nicht lang so, dass die Basis-Limberger in Württemberg so ein Niveau haben. Ich meine, das ist doch ein super Wein. Das kostet ja wahrscheinlich auch nicht viel. Weiß ich nicht. Wenn er die Preise angegeben hat, hat er vorsichtshalber nicht. Weiß ich nicht. Muss man nachschauen. Tja, dann muss man weitermachen. Ich tippe mal auf 10, 12 Euro. 3, 4, 5, 8, 2, 7. Also es ist nicht so, dass wir die Preise nicht immer Anfragen täten. Wir anfragen täten, ja. Und los. Aber wir kriegen es ja halt oft nicht. Entweder weil die Leute zu faul sind, den Fragebogen auszufüllen. Oder weil sie es nicht wollen, weil sie ihre Händler schützen wollen. Wobei man da wunderbar auch mit ungefähren Preisen arbeiten könnte. Aber sie wollen halt nicht. Das stinkt noch ein bisschen. Das ist ein bisschen animalisch. Das wird auch wärmer wie die Preise. Ich finde aber, dass das Eingemachte kommt mehr raus. Ich finde aber, dass das Eingemachte Frucht noch. Ich glaube aber, dass das hier... Ich versuche immer, wenn du atmest, zu sprechende... Bis zu dritt ist das schwierig. Mir ist das vorhin auch schon baumesser gegangen. Ich finde aber auch, dass das so eine Note von Mürrem, Apfel, Obst, irgendwie so Kernobst oder sowas hat. Das hat er gestern so noch nicht gehabt. Ich hätte er eher so Orangenzüsten. Auch. Die habe ich auch noch. Nee, ich habe es so ein bisschen angeschleifende Birne. Ja, das ist einfach eine Spuroxidative geworden seit gestern. Das ihm anzukreiden ist immer ein wenig schwierig, weil wenn der halt ganz wenig Schwefel hat, man muss den ja nicht unbedingt am Tag stehen lassen. Im Normalfall trinken wir es ja auch aus. Ja, vor allem, weil der ja gut ist. Also es riecht es ja sonst auch wirklich gut. Ja, aber wir haben gestern reingeschrieben, das ist ganz leicht jodig und das hat es schon angedeutet. Also wenn öffnen, dann gleich trinken. Wird mit zu viel Luft nicht besser. Ja, aber es ist schon relativ konzentriert und fest im Mund. Es hat ein ziemlich präsentes, ganz jugendliches Tannin. Also es ist nicht so, dass man den in der Flasche nicht aufheben kann. Nur nach dem Öffnen hat offensichtlich wirklich nicht viel Schwefel. muss man halt trinken und nicht ewig aufheben. Schrecklich. Wobei man nicht sagen kann, dass der heute nicht schmeckt. Das ist ja immer nicht richtig gut allein. Das hat halt bloß ganz leichte, es hat schon ganz leicht offen. Also offen bedeutet ansatzweise oxidativ. Ja, so ein bisschen aschiges Holz dabei. Noch ziemlich wirklich präsentes Tannin. Auch die Gewürznelke, die er da hinten raus hat, kommt vom Holz. Ein bisschen was Gebranntes dabei. Und dann hat er hinten raus aber auch eine gewisse Frische und Saftigkeit und Zug. Also das ist nicht schlecht. Und Substanz hat es schon. Ich würde ihn fast lieber hochsetzen. Das wäre jetzt für 87, ich finde, ich stehe gut. Ja, aber bei dem, bei der Struktur, das kannst du ja fast kauen. Und Länge hat das auch. Was sagst du? Wir wären 8 Liter. Ich wäre jetzt bei beiden von euch, wobei ich jetzt eher zu der 8. Liebe, weil ich auch finde, er hat schon eine Länge. Nein, also der bleibt ja stehen und der wird auch nicht irgendwie jetzt. Natürlich bleibt er stehen, aber. Nein, das ist wirklich kernig, das ist fest, das hat eine Konzentration. Das ist nicht so der Schmeichler, der ist ein bisschen eckig. Aber dennoch. Das drückt er hinten auch nochmal richtig nach. Ne, das, glaube ich, das stehen wir mit. Ach, tut richtig gut. Das? Ja. Das ist wieder das Weingut St. Anthony. Da wäre ich jetzt blind und nicht draufgekommen. Das ist der Lange Berg. Drei, vier, sechs, fünf, neun. Moment. Drei, vier, sechs, fünf, sechs, neun. Schluckst du schon wieder heimlich? Was heißt denn das? Ich schlucke nie. Kim. Wie immer, wenn euch das nicht gefällt, schneidet es einfach raus. Ich sehe mich heute schlecht, ich weiß nicht, ob ich schneide. Vor allem, ihr seid hübsch unscharf gerade. Ja, das macht nichts. Also, wir sind in Leiden natürlich extrem scharf. Total. Fand er denn gut? Ich fand ihn super. Sollen wir ein bisschen näher an dich ranrücken? Nein. Nichts, weil sonst... Ich weiß nicht, was die trinken, wenn ich nicht dabei bin. Wasser, das ist das Problem. Von mir kriegen sie kein Alkohol. Ja, aber wir kriegen ja auch mal her. Also, wir haben es hier noch ein bisschen zugedeckt und ein bisschen animalisch in der Nase. Das hat er gestern offensichtlich nicht so gehabt. Aber das merkt man jetzt so ganz leicht. Es ist so ein bisschen reduktiver, das ist ein Schrauber. Nein. Ich finde, es wird eher eingekocht, als er die Früchte würdet. Ja, das kommt schon dazu. Ich finde, es steht aber nicht. Es ist ein bisschen speckig. Speckig. Speckig jetzt. Speckig. Und so ein bisschen erdig. Also nach Erde ringt es. Na ja, das mit dem Marzipan kann ich gut nachvollziehen. Vor allem, weil das ja auch merklich Holz hat. Und so ein bisschen Moos. Oder so, so nach Zahnen. So moosig. Ein bisschen rustikaler Stil. Also es ist wirklich jede Menge Holz drin. Malzige Noten, Kakao, Tee, Kaffee, ja klar. Ach, ja, ja. Das ist älter, gell? Das ist zwölf. Ja. Ja. Muss sein, am Gaumen schmeckt. Also überzeugt ihr mich jetzt mehr von mir von der Nase? Kann ich nachvollziehen. Willst du was sagen? Ich? Nein. Du bist ja Frau, du willst immer was sagen. Ich meinte jetzt ausnahmsweise Lüffel. Ich war mir nicht schlüssig, aber ich finde, für mich steht er da gut. Wobei ich bin nicht so wahnsinnig begeistert. Nein, es ist... Ich wäre fast noch anders. Also ich finde 7 schon echt nett. Naja, es ist ein bisschen die altmodischere und rustikalere Variante. Aber es hat halt schon Substanz und Struktur. Du kannst ihm eigentlich nicht weniger geben. Mir ist das Feinere auch lieber. Aber deswegen ist das trotzdem ein guter Wein. Ein bisschen Unterholz noch dabei. Es ist... Es nennt einmal unkomplex. Es ist nur nicht sonderlich fein. Aber wer diesen virilen, breitschuldigen, etwas rustikalen Typ mag, ist damit gut bedient. Es wird auch nur ein paar Jahre alt. Das ist das Weingut Rolf Heinrich. Der hat schon viele, viele Jahre nicht mehr eingeschickt. Das ist sein Lemberger Reserve. Jetzt muss man dazu sagen, das ist wohl sein absoluter Top. Und der kostet jetzt halt auch nur 13,50. Das kostet halt bei den Top. Ja, okay, für das ist er dann schon wieder klasse. Genau, das kostet bei den Top-Leuten die Ortsweine. Und dafür ist es verdammt gut eigentlich. Und wer den Stil mag, wie gesagt, kann nichts falsch machen. Drei, vier, fünf, fünf, eins, fünf. Das hat auch Holz, aber das ist insgesamt ein bisschen frischer wirkend. Und in der Frucht, ja, ein bisschen brillanter. Und hat so ganz leicht, so etwas fleischig-animalisches, oder? Ja, fleischig, ein bisschen. So in der Art meine ich das ja. Und dann vor allem das Pfeffer, der Pfeffer ist ja sowieso schon dabei, weil den die Sorte hat. Da sind wir schon wieder bei richtig gutem Steak. Ich mag lieber Fett. Fett? Ich esse am liebsten Fett am Fleisch. Mageres Fleisch. Echt? Fett muss schon dran sein, aber pures Fett. Du musst gutes Fett mal probieren. Das ist völlig unterschätzt. Das ist schrecklich, wenn es die Leute nicht essen. Also wenn an Fleisch Fett dran ist, ist das schon gut, es wächst den Geschmack. Aber das pure Fett kann ich nicht essen. Das ist so schade. Das kannst du von mir dann gerne haben. Ja, das machen die immer so. Also, wir haben es am garminen viel reifer, ein bisschen eingemacht wirkender Frucht zu tun. Ziemlich schokoladigem Holz. Ein bisschen Milchschokolade oder Kakao. Ja. Es war gestern noch mehr nussig. Das ist dieser Holzzone und es geht heute ganz deutlich ins schokoladige. Also, das hat schon Substanz, das hat auch Körper. Länge dazu. Ich finde, der macht Spaß. Der animiert, würde ich auch sagen. Der hat eine Frische mit drin. Ja, wie gesagt, das Holz hat er jetzt auch mit Luft erst gekriegt. Ich gehe davon aus, dass das mit Reife sich auch wieder deutlich besser einbindet. Ein, zwei Pünktchen mehr. Also, bei einem Pump bin ich dabei. Bei zwei Pünktchen bin ich auch nicht dabei. Da fehlt mir dann der letzte Schliff und Biss. Aber bei 88 kann das. Ein, zwei Pünktchen. Ja, zwei Pünktchen sind ein Punkt. Ja, genau. Nein, das ist schon sehr gut. Aber es stimmt, was der Kim sagt. Die letzte Tiefe fehlt und die Konturen sind ein bisschen weich. Und dieses bisschen süßlich-schokoladige. Ja, das hat halt ein bisschen was Gefälliges dabei. Ein bisschen mehr Biss bräuchte er, um noch besser zu schneiden. Naja, gut. Das ist das Weingut Graf Binzel Sturmfeder. Die sind auf dem Niveau ja auch noch nicht sehr lange. Aber das ist 2,15 Schatzacher Roter Berg Großes Gewächs. 3, 4, 5, 5, 9, 0. Das im Barik gereift kann man jetzt je nach persönlichen Geschmack als Warnung oder als Verheißung verstehen. Wer diesen Schoko-Vanille-Ton richtig mag, wird begeistert sein von dem. Puh, Rumtopf. Das wollte ich auch sagen, aber sonst heißt es wieder, der Kim kommt immer auf den Schatz. Ist doch so, dann erfüll doch bitte dein Klischee, wir haben doch nichts dagegen. Naja, also das hat schon ein bisschen schnapsige Noten, das ist schon wirklich viel Alkohol. Es hat eine reife Frucht und Kräuter und getrocknete Tomaten dabei. Also es ist gar keine uninteressante Nase, aber man merkt halt schon, dass der Wein ordentlich Alkohol hat. Aber was getrocknet. Ja, getrocknet. Kräutrig. Das ist nicht Grunzen. Das war kein Grunzen, sondern ein Nach-Innen-Lachen. Ja, ja. Ich bin doch kein Schwein. Nachdem du mir in den Rücken grunzt, bin ich mir doch nicht so sicher. Ich lache nach innen. Das ist auch nur im Keller. Das ist im Mund ziemlich saftig und fest. Aber man merkt halt schon, dass das so eingekochte Noten hat. Bitterschokolade hat es. Malz, viel Alkohol. Ja. Das strengt halt ein bisschen an. Das ist schon ein Mordswein. Ich finde, das trocknet der Bauch noch ziemlich an. Aber er prügelt halt auch ein bisschen auf einen ein. Das ist schon arg rustikal, gell? Ja. Charmant ist das nicht. Hm. Es gibt eine Menge Leute, die da drauf stehen. Ich jetzt nicht so sehr. Aber wichtig ist halt auch, dass dadurch die Balance ein bisschen flöten geht. Nicht endgültig, aber... Ich finde, der steht da gut. Und dann hat er hinten auch so ganz zart oxidative Töne. Bisschen Jod. Natürlich Zitruszesten. Ich finde, dass der extreme Tannin momentan so viel klappt macht. Und dieser Rumtopf. Ja, das Blöde ist, dass wirklich dieser Alkohol... Entschuldigung, jetzt unterbreche ich dich. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass der Wein mit Sicherheit seine Finesse hat. Aber das ist momentan leider, finde ich, von dem extremen Tannin und von diesem Rumtopf, den der Wein hat, leider überflucht wird. Ja. Da haben wir in Karl Heide noch einmal. 2015. Lemberger. Städtener Mönchberg. Berge, großes Gewächs. Er hat halt auch 14,5 Eikuh. Das ist... Brauchen wir nicht. Das ist nicht so weit. Das sind die überzogen, leider. 3, 4, 5, 3, 8, 9. Das geht auch wieder, ein bisschen auf Kosten der Länge, das ist... Der ist recht fix weg. Ja. Ja, und du hast dann halt nur dieses angetrocknet. Ja. Stückt. Das ist wirklich recht erdig, wie es da drin steht. Und herb und verhalten und ein bisschen gedeckt. Zockerbeck. Ja, und so Wurzelgemüse-Noten drin. Und Speck. Passiert uns ja nie, dass wir beim Nachverkosten Hunger kriegen. Dann ist das auch im Mund ganz herb. Das wirkt deutlich karger als die letzten Vorgänger. Die Frucht ist sehr zurückhaltend. Es ist überhaupt nichts betont Fruchtiges dabei. Ja, Gummi. Das stimmt. Mir fehlt ein bisschen die Tiefe. Ich finde, das schmeckt ein bisschen verbrannt. Bisschen, so... Ja, so nach verbranntem Gummi so ein bisschen. Und mir fehlt eben die Tiefe. Und dunklem Karamell. Ja. So leicht eingebranntes Karamell. Also es ist so... Das macht... Das crasht den Wein so ein bisschen. Und das Holz bittert nach. Und dann hat es doch auch wieder Alkohol. Da ist das nicht sieben, fast ein bisschen viel. Ja. Das geht ganz leicht in die Knie gerade. Es ist sehr röstig, aber dann fehlt die Frucht, um das aufzufangen. Dann kommt der Alkohol. Jetzt so... Mir sagt, so leichte gummiartige Oxidationstöne. Das ist das Weingut Jürgen Ellwanger, 2015er Hebsackerberg-Lemberger. Großes Gewächs. Hat nur 13%. Schmeckt eigentlich nach mehr, weil es ziemlich warm schmeckt. Und zerfällt halt so ein bisschen. Das ist rückrustikal. 346-091. 346? 0-9-1. Ja, ich wollte nur wissen, ob es 246 oder 346 heißt. Ja, ich habe es schon. Ich habe es jetzt schon verstanden. Kim hat, was, Vierjährige? Was? Fünfjährige. Drei. Drei-Jährige. Ja, sie kann halt den Duktus nicht ablegen. Dabei bin ich schon ungefähr, also ich bin ungefähr schon neun, geistig-moralisch. Neun? Ja, mit mir kann man schon reden, mit einem Erwachsenen. Ich bin für immer 29. Ob ich das schon bin? Keine Ahnung. Ob ich das schon war? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist wieder so ganz leicht krautig. Also es ist so Wurzel-Gemüse-Noten. Okay. Ich wollte es gerade sagen, es ist sehr flora. Ja, wirklich schön. Wobei es so einen ganz leicht zwieseligen Ton hat. Ja. Das war das, was mir jetzt gefühlt hat. Ich habe die ganze Zeit überlaufen. Aber auch so ein bisschen so. Ja, ich finde eher so stehen gelassene, weißt du, wenn es so ein bisschen träumlich wird. Ja, das ist so der Punkt. Das hat es. Vor allem, der hat ein bisschen so an Saftigkeit abgelegt und das Ganze getauscht durch diese krautig-zwiebeligen Noten. Und ein ziemlich sprödes Zannin eigentlich gerade. Die Frucht ist reif, wirkt da ein bisschen eingemacht. Ja, ich finde eine Spur Speck. Ja, ja, Rauchwitz steht schon drin, aber das werden wir noch ergänzen. Das ist nämlich auch so ein bisschen was Münziges am Schaden. Ja. Ich finde Münze kommt deutlich. Ja, aber das wurde jetzt mit Luft eindeutig rustikaler. Hat ein bisschen an Feinheiten verloren. Und auch so ein bisschen Paprika. Getrocknetes. Getrocknetes Paprika. Oh ja. Getrocknet und eingelegt. Getrocknet. Wasch oder Paprika oder auch getrocknete Tomaten. Geht's noch? Ja, ja, gerade so. Ja, ja. Ich bin mir selber beschäftigt mit Endungen. So, da hat er ordentlich Kraft. Das hat er auf Länge. Aber steht gut da. Mehr wie 8 sind's nicht. Das ist das Weingut Schneidmann mit dem Lemberger Simon Roth. Und das ist der Jahrgang 15. So, dann haben wir die 3, 4, 6, 2, 1, 9. Riecht das nicht auch so nach Brille oder Stroh oder so? Stroh ist gar nicht so schlecht. Ja, eigentlich riecht's frischer. Das stimmt. Stroh, aber nicht ganz, also ganz lebend tut's nicht mehr. Das ist eine schöne Wiese nicht. Ja. Nee. Nee. Nein, es riecht relativ kühl. Es ist klar, es ist geschliffen. Hat eine schöne Frucht in der Nase. Wieder sehr typisch, diese Brombeer- und Kirschnoten. Bisschen was Rotbeeriges dabei. Ja, aber auch ein bisschen getrocknet Rotbeerig. So getrocknete Cranberry oder sowas. Ja, ich hab so einen getrockneten Pfeilchenton und sowas auch. Ja, und es ist straff und es ist saftig und es ist kühl. Das gefällt mir jetzt persönlich wieder ziemlich gut. Es hat zwar auch so ein bisschen Kakao, Kakao-artiges Holz, aber das ist gut eingebunden und dann hat das wirklich Zug und viel Frische. Ja, das ist ein außerordentlich gesundes Tannin. Es ist zwar straff, aber es ist fein. Ich kann jetzt mit einem Punkt näherlegen. Ich auch. Das steht noch bei 88. Ja, das finde ich auch. Der hat einerseits viel Kraft und auf der anderen Seite wirkt er kühl und elegant. Ich flippe es aus. Du flippst aus? Ich flippe es aus. Nein, finde ich gut. Warum flippst du aus? Ach, weil das wieder der Herr Heidle ist. Das ist doch Herr Heidle. Nur sein großes Gewächs ist jetzt nicht so restlos überzeugend. Aber das ist jetzt aber auch 16. Das ist sein Städtener Häder. Erste Lage. Das ist richtig gut. 3, 4, 5, 8, 1, 9. Das ist jetzt aber sehr animalisch, oder? Das ist recht animalisch. Steht auch drin. Es ist auch wirklich verschlossen. Es hat aber trotzdem Tiefe. Das zeigt die Nase schon an. Ja, aber es ist ein bisschen witzig, wenn es sehr viel gut ist. Wenn es eine kleine Nase macht. Die Nase, die wird doch ziemlich fett. Ach so. Ich habe es schon beim Nase. Mhm. Naja, das ist kühl, herb und fest. Und saftig. Und ziemlich konzentriert. Obwohl das nicht besonders viel Alkohol hat. Ach, dahinter ist immer noch Kaffee satt. Ja. Ja, Kaffee ist deutlich satt. Da kommt aber auch wieder das Animalische. Und auch so ein bisschen was. Wie hieß das gestern? Wo ich mich nicht ausdrücken konnte. Wo wir über Tannen gesprochen haben. Und ätherisch. Harz. Harz. Dankeschön. Kam nicht mehr. Kleines bisschen harzig. Ja, das kommt wohl auch vom Holz. Aber das ist noch sehr, sehr kompakt und unentwickelt. Das ist ziemlich dicht. Das ist ziemlich lang. Da reichen mir jetzt die 88 gar nicht. Muss ich gestehen. Das, da bin ich eher zwei höher. Jetzt aber. Ja, ja, naja, schau. Das ist eine Motzlänge. Es ist konzentriert. Ja. Ist das sonst auch so nicht? Ja. Hm, okay. Ach so, da wolltest du es nicht wissen. Dann würde ich jetzt nein fragen. Nein, nein, ich habe ja schon gesagt, dass ich ihm gebe. Das ist so, diese ganz kühle Art. Die haben wirklich einen völlig eigenen Charakter, habe ich den Eindruck. Ja, das gibt es noch. Der war gestern noch nicht so. Nee. Du merkst auch jetzt, dass er noch verschlossen ist. Das braucht einfach noch weiter Reife. Okay, aber das ist schon ein verdammt guter Wein. Das ist 2015, St. Antony, Blaufränkisch, Alte Reden. Also da gibt es ja noch kein, was heißt noch, wahrscheinlich nie ein großes Gewächs vom Blemberger oder Blaufränkisch in Rheinhessen. Deswegen ist das eigentlich gut zu Wein. 3, 4, 5, 4, 0, 4. Vom Preis her sicher nicht. Waren wir da nicht drin gestanden. Aber der steht auch echt extrem gut. Da habe ich doch zwei Kommas drin eigentlich. Weil das kann. Ach so. Ja, jetzt sind wir wieder beim 14, ne? Das riecht wirklich grün pflanzlich. Vielleicht. Jetzt hat es richtig grün, vegetabile Noten. Erdige Töne. Ein bisschen kapern so in die Richtung gehend. Kapern finde ich sogar richtig gut. Ja. Ich fand Oliven gut. Ja. Ja, ja, Oliven sind auch dabei. Oregano ist dabei. Zur Ehre. Aber dann ist es auch fest und herb. Kühl und hat Saft. Hat natürlich auch Holz. Schöne Wirze. Ziemlich präsentes Tannin, aber das ist mehr speichelziehend als trocknet. Die Orangenzesten, die stimmen. Also auch Bitterorange, sowas in die Richtung. Ja. Also da finde ich, hat ein Pünktchen mehr drauf. Also von der Struktur her, von der Festigkeit, auf jeden Fall. Die Frage ist, was mit den grünen Tönen ist. Mit den grünen Tönen. Den grünen Tönen. Grünen Tönen. Die grünen Tönen kommen von der Grönland. Die muss man einfach tolerieren. Die Töne haben dazu. Da haben wir gestern nämlich schon diskutiert bei diesem Wein. Da wollte es nämlich das auch schon nicht geben. Da habe ich gesagt, probieren wir morgen nochmal. Aber ich finde den immer noch gut, obwohl er grünen Tönen hat. Ja, er hat auch eine Matz Mineralik, das ist unheimlich salzig. Also. Er zieht auch und es ist saftig. Ist ja, ja, ich kann er mit gut. Das war fast schon. Mit den grünen Tönen. Grünen Tönen aus Grönland. Deswegen sind die auch nicht so schlimm, weil die aus Grönland kommen. Das ist kalt. Ah, gut, ist ja schon recht. Das ist das Schlossgut Hohen-Beilstein mit dem 2014er Schlosswingert. Großes Gewächs. Drei, vier, fünf, sieben, zwei, drei. Oh, es riecht wirklich nach Speck. So nach Rinderspeck. Hat das nicht auch was Vorrales? So was Rot für Raus? Ja, ich wollte es auch kurz sagen. Okay, Kräuter. Ich weiß nicht, was die da treiben, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen anstrengend. 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 Kannst du es bitte nicht direkt ansprechen, das läuft schief. Aber ich wollte sagen, so Früchte-Tee in der Nase noch so getrocknet ist. Früchte. Nein, nein, das stimmt schon. So getrocknete Früchte und Blüten. Hibiskus und so. Ja, so heißt die Blüte. Ganz unnervro. Ja. Ich fand es einfach noch ganz schön. Es ist etwas staubiges und trocknendes, dann nie noch trocknend. Wobei das gar nicht mehr so trocknend ist. Jetzt habe ich es gestern zweimal reingeschrieben. Ich habe es gestern. Das ist ein ganz anderer Typ insgesamt, das wirkt ein bisschen zurückhaltender in allem, obwohl das relativ komplex ist. Auch Holz und das hat alles. Ich verstehe schon, dass eine gewisse Tiefe da ist. Ich glaube, dass der Wein die aber noch nicht zeigt. Ich habe gar nichts gegen den Wein gesagt, mir gefällt das sogar ziemlich gut, weil das ein bisschen Understatement noch gerade ist. Und hinten raus, der Granatapfel kommt hinten wieder und der sackt so einen saftigen, frischen Saft hinten raus. Nein, ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut. Ich bin ja auch in der Tüte. Ja, am Anfang ist man da noch so ein bisschen abgeschreckt, weil das wirklich zurückhaltend ist. Und dann ist das Holz doch noch da und dann setzt sich diese ganz klare, frische, da sind wir wieder bei Himbeeren. Himbeeren und Granatapfel, diese ganz geschliffene Frucht durch, wird saftig, speichelziehend. Das macht richtig Laune. Ja, da kann ich mir dann mehr legen. Ja, der macht richtig Spaß. Ja. Ein für... Moment. Du bist heim. Heim. Graf Neiberger, Schweigener, rote Lemberger, großes Gewächs. Danke, Reif. Achso. Ich dachte mir, dass du mir nicht verpaschtest. Ich wusste, das ist doch schluckt. Drei, vier, fünf, sieben, fünf, sechs. Du bist zu schnell mit der Nummer und dann drödelst. Das muss ich noch üben. Segelst du ja nichts dazu. Sorg halt? Nein. Wie man es macht. Macht man es gut? Das ist kühl und herb. Das ist ein bisschen tabakig. Und ja, dieses Grünpflanzliche sind wir wieder bei 14. Also ja, in der Beschreibung steht Käsegenoten, die kann ich absolut nachvollziehen. Ja, das ist noch sehr jung. Was? Sagst du, heute nicht viel, aber ich hab gestern ein bisschen hart gebraucht. Heute sagst du nicht viel. Hallo, ich fahr nachher noch in Schwabendländle. Echt, heute? Ja. Das heißt aber nicht so viel schlucken. Oder fährst du dann mit? Nein, ich schluck gar nichts. Ich spuck alles aus. Ich kann nicht fahren. Mein Mann hat gebrochen den Arm. Ich muss. Achso. Ich dachte, nur einen Finger. Ja, stimmt. Aber es gibt es halt. Und ich fahr schnell was besser. Für die nächsten Brüche. Hallo, ich bin super sicher. So, jetzt konzentrieren wir uns mal. Ich mach's jetzt die ganze Zeit schon. Das ist wirklich so ein bisschen säuerlich in der Nase. Das wirkt unentwickelt. So ganz leicht grüne Töne. Also wirklich typisch 14 eigentlich. Und dieses Käse gezeugt auch davon, dass der einfach noch nicht ausübrichtig ist. Erstaunlich schlank. Ganz kühl. Hat schliffert. Bissi so ganz leicht schokoladiges und nussiges Holz. Ja, da sind wir wieder bei den harzigen Noten. Ja, da hat er auch so eine Pfeffermürze. Und das hat sich jetzt da in der Beschreibung noch nie. Finde ich, steht da aber gut. Jetzt haben wir aber zweimal harzige Töne. Einmal harzige gräuterige Töne und harziger Abgang. Ist beabsichtig. Ja, ja, das ist beabsichtigt, dass dieses harzige Abgang noch mal kommt. Und es stimmt, der kommt an den Vorgänger nicht ganz ran. Die Tiefe hat er nicht ganz und diesen frischen Saft hinten raus hat er auch nicht ganz. Also das bleibt bei 88 stehen. Da steht das gut. Das ist ein bisschen so ein herber, zurückhaltenderer Stil, den ich durchaus mag. Aber ganz die Tiefe vom Vorgänger hat er auch nicht. Das ist komisch. Mit den großen Gewächsen sind es manchmal dieses Jahr nicht so gut. Oder vor allem nicht viel besser, wie mit ihren A2 nicht. Was aber manchmal auch daran legen macht, dass es seit 14 ist. Und 14 nicht ganz so einfach war für Lemberger, für Burgunder war es besser. Oft. Wie auch immer, bevor ich mich da um Kopf und Kragen rede, das ist der Klee, Bronner, Michaelsberg, großes Gewächs, 2014 von Dautl. 2, 4, 6, 0, 8, 6. Dautl ist so ein Begriff, so ein Name, der für Franken ganz schlecht auszudrücken ist. Daudl. 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 Jetzt habe ich aber deine Nummer nicht zugehalten. 3, 4, 6, 0, 8, 6. Ich bin hier nicht der Dompteur, gell? Ich mache mit denen das nicht vorher. Ich übe das nicht den ganzen Tag. Wir werden heute nie fertig. Ja, das Gefühl habe ich auch. Handvoll Weine oder was nicht, kommst du nicht durch. So, das ist sehr klar, sehr geschliffen. Jetzt hat es schon ein bisschen tief in der Nase wieder, diese Granatapfelfrische. Der hat aber auch was für einen schwarzen Tee. Ja, das müsste heißen, dass der Bergamotte auch noch dabei ist. Das ist ja gar nicht so abwegig. Das sind ja auch Zitrusaromen, die da drin sind. Das stimmt. Aber ich finde die Nase eigentlich ziemlich einnehmend. Das ist saftig. Das ist sehr lebendig. Das ist straffes. Hinten was Nüssiges. Aber auch wieder den schwarzen Tee und die Zitrusaromen. Das ist nicht ewig tief. Nein, das wäre nicht toller. Und auch der Gerbstoff trocknet noch ganz leicht an. Das muss noch ein bisschen reifen, aber das animiert. Das muss man schon sagen. Ich finde, das steht gut bei 81. Wir hatten das schon und wir haben uns gefragt, ob er einen neuen kann. Kann er nicht. Es sind acht, aber es sind acht, die richtig Spaß machen. Ja. Gut, was war das? There you go. Die ganze Zeit denke ich mir, er fehlt doch ein Wein, den ich probiert habe und der eigentlich schon längst in der Nachprobe hätte sein müssen. Und das ist Schneidmanns-Lemberger Steinwege. Also das ist schon als mehr oder weniger Basiswein. Das ist Basiswein, habe ich den Eindruck. 2016. Da staunst du. Das ist schon eine Mods-Qualität. Glas, bitte. Achso, ja. 3, 4, 5, 8, 2, 5. Ich glaube, das kostet so um die 12, 13 Euro. Das kann sich echt sehen lassen. Die Nummer, hast du mir schon gesagt? 3, 4, 5, 8, 2, 5. Weißt du, entweder sagt sie mir, wenn ich noch rede, mitten rein oder sie lässt sich dann ewig zeigen. Also hörst du halt da ein. Ich lage immer an mir. Ich finde gut, dass du das einsiehst. Man achte ja auf die Betonung. Es liegt natürlich immer an uns. Uns. Da hätte ich auch noch ein bisschen Himbeer. Nicht nur Brombeer. Ja, ja. Ich schreibe es gerade. Das ist auch schon ein Himbeer. Ja. Ja, aber hier sind die Brombeeren schon auch sehr deutlich. Das ist ein ganz fester, sehr klarer, geschliffener Duft. Aber dieses liebstöckelige, also der hat auch wenig Schwefel. Also so. Da haben wir diesen Beginn der, bei vielen war Ihnen zeigt Liebstöckel eine gewisse Reife an oder ein längeres Fasslager, wo so ein Hauch sanfte Oxidation stattfindet. Und das ist hier so ähnlich, ohne dass der Wein alt ist, aber diese Liebstöckel-Töne sind schon da. Ja, Pfeffer, Wurzel, Gemüse. Aber das hat schon eine ziemlich Tiefe, äh, eine ziemliche Tiefe, die Nase, oder? Ja. Ich finde ja da auch am Gau. Da bin ich noch nicht. Ich bin schon. Ich auch. Nein, ich muss mich erst noch ein bisschen vertippen. Und ein bisschen auf die Tastatur hauen. Mhm. Aber wir sind ja froh, dass du es machst. Ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Alles gleichzeitig ist schon auch anstrengend. Das ist auch im Mund ziemlich klar, saftig, kühl und sehr, sehr fest. Das wirkt ziemlich verschlossen. Der braucht noch. Aber der, ich glaube, da kommt schon noch richtig viel rein. Das lohnt sich, ich glaube auch. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass er mehr Punkte verdient. Nee, da reichen die 89 nicht. Nee. Nee. Was? Nee. Nee, okay. Können wir das so mal, also, was hast du gesagt? Ich glaube, da reichen die 89 nicht. Und du sagst, nee. Ja, nee, da reichen die nicht. Das ist halt schon komisch. Das kann aber erst mal anders rüber. Das ist ziemlich fest. Und das ist recht komplex. Das hat Tiefe. Das hat eine schöne Würze. Ohne jegliche Breite, sehr reife Frucht. Trotzdem ist das sehr geschliffen. Das ist auch ziemlich lang. Ja, ja. 90 oder 91? 91. Ich bin auch schon bald so weit. Also, ich wäre auch so weit. Naja. Können wir auch nichts machen. Ja. Das ist... Können wir auch nichts machen. Das ist... St. Anthony wieder. St. Anthony. Rote Bach. Soll ich es schon sagen oder möchtest du noch reden? Nee, ich rede es total ungern. 3, 4, 6, 4, 3, 5. Wenn ich das wölte, hätte ich schon was gesagt. Ja, ich wusste ja nicht, ob du es wöltes. Wöltes? Ja. Das ist der Plural von Wollen. Das ist zurückhaltender. Das ist ziemlich fest auch. Und das ist Speckiges. Ja, das stimmt. Ich habe noch irgendwas, was mir nicht einfällt. Irgendwann ein Gewürz? Sind nämlich ich. Ja. Das sind die vierten Gewürze. Und ich habe auch was. Ich habe so getrocknete Paprika. Ja, sowas in die Richtung. Kümmel? Also ich gehe schon davon aus, dass man den Saugut zum Gulasch trinken kann. Ich hätte nicht Gulasch sagen sollen. Jetzt kracht mir der Mann. Und ich habe keinst mehr eingefroren. Frischkochen dauert zwei Tage. Sorry, mein Trick. Also, das ist kühl, reif, saftig. Das wird ein bisschen schlanker als der Vorgänger. Aber das hat einen schönen Schliff. Mürb sollten wir übrigens nicht mit großem M schreiben. Doch, am Anfang des Satzes. Liebe Kinder, nicht. Also, entweder am Anfang des Satzes oder nach einem Punkt. Ja. Wie gesagt, wenn Kinder zuhören, rausschneiden, bitte. Das ist eine ziemlich saftige Frucht. Wird ganz leicht eingemacht. Das Holz ist gut integriert, auch wenn es ein bisschen röstig und ein bisschen schokoladig ist. Aber überhaupt nicht aufdringlich. Es hat viel Pfeffer. Aber auch so. Der vorsichtshalber auch nicht drinsteht. Die Glorbe. Also, für mich steht der da gut. Für mich auch. Ja. Dann sind es 89. Das ist jetzt, das war ein guter Elbanger. Das beruhigt mich ein bisschen, dass Sie das schon noch können. 2014 Lemberger. Diesmal Hades. Steht immer nur hier auf der Flasche. Hades ist so diese. Wir machen jetzt Wein aus dem Barück. Die Verbindung ziemlich alt schon. Aber? Also nicht der Wein, die Verbindung. 3, 4, 5. 9, 7, 9. Ja, das hält auch schön nach. Das ist entschieden besser als ein großes Gewächs. Sehr schön. Sehr viel Frische in der Nase. Ganz klare, geschliffene Frucht. Sehr fest. Und wieder diese Granatapfelnoten. Ja, so ganz leicht was Theeriges dabei. Ja, kritzig. Das macht, macht Spaß schon in der Nase. Das ist sehr, sehr fest im Mund. Ganz saftig, ganz klar und geschliffen. Hat Kraft und gleichzeitig Frische und Kühle richtig durchgezeichnet. Der hat Dichte, der hat Konzentration, ohne irgendeine Breite zu haben. Das Holz ist fast nicht zu merken. Das ist das, wie man das... Wie man das heute macht, wenn man richtig gut machen kann. Also ich würde da mal einen Punkt bringen. Ja, ich auch. Das ist nämlich verdammt gut. Also das ist bei aller Konzentration elegant und fein und straff und saftig und frisch. Toll. Das macht einfach richtig Spaß. Ja, da kann man auch mal ein bisschen mehr von nehmen. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich den nicht morgen mal probieren will. Weil 90er auf jeden Fall. Du, dann mach es. Aber ob das reicht, bin ich mir nicht ganz sicher. Das war ein gut. Heid. Und zwar nicht bloß Heid. 2015. Fellbacher Lemmler. Lemberger großes Gewächs. Ganz klar der schönste Wein bis jetzt. 3, 4, 5, 7, 1. Das ist ja der schönste. Der größere war wahrscheinlich der St. Antony. Aber der hat so einen Charme. Das haben wir glaube ich so kühler. Achso. Etwas kühler. Wenn ich sage. Aber ich habe so Zitrus. Und ganz leicht zwiebelige Töne. Und was Pläumiges finde ich mir denke mal. Koffe Pläume oder sowas. Also es ist nicht ganz die Frische vom Vorgänger. Obwohl das schon recht fest ist. Und gar nicht so schlecht. Koffe Pläume oder sowas. Koffe Pläume. So ein bisschen eingemacht. Es hat mehr Holz. Auch mehr Holzsüße dabei. Obwohl es trotzdem was Kühles hat. Und also Zitruszesten da hinten. Was Mineralisches dabei. Zitrus aber auch Orangen. Naja meine ich doch. Das ist doch. Zitrus ist ja. Entschuldigung. Orangen zählen zur Familie der Zitrusfrüchte übrig. Ja schon. Aber ich finde man darf die schon im Einzelnen nochmal erwähnen. Welche Zitrus es war. Kim hat es ja zum Glück schon getan. Stehen übrigens Orangenbind. Und habe es nicht mitgekriegt. Aber ab und zu muss ich auch mal was sagen. Außer mal zahlen. Und dann sage ich auch das Falsche. Tschüss. Also das ist schokoladiger, holziger. Es ist saftig. Es hat Kühle. Aber so diese letzten Feinheiten vom Worgänger hat es nicht ganz. Ich finde der steht auch gut. Da können wir den auch gut stehen lassen. Das sind also 89. Da sind wir wieder krank. auf Neiberg. Das ist der Neiberger Schlossberg. Auch großes Gewächs. Das magst du uns gerade nicht. Es ist 2,15. Das riecht auch noch recht verschlossen. Das wird ziemlich eingesperrt gerade. Also wenn wir so komisch klingen, liegt das nicht daran, dass wir rauschig sind, sondern dass dieses dauernde Reden natürlich anstrengt. Und wenn man, für mich natürlich extra, weil ich bin ja Franke, und da ist sprechen immer ganz schwer. Wir trinken auch nichts. Aber für Schwaben ist das ähnlich schwer, glaube ich. Ich bin auch Franke. Siehst du das? Also wir sind in Sachen Sprache unterprivilegiert. Ein bisschen was unterwürziges, finde ich. Ja, das hat es wirklich. Es riecht so ganz leicht rustikal. Auch diese Trockentomaten. Ja, Moos ist gar nicht schlecht. Im Mund ist es ziemlich fest. Und es hat eine erstaunlich hohe Säure. Also das ist halt ein Mod-Säurezug. Ja, das Holz ist deutlich. Es ist was Speckiges dabei. Auch so ein bisschen rustikales. Was ledriges. Ja, ledriges. Ja. Steht drin, keine Sorgen. Ab und kurz. Steht drin? Ja, habe ich gestern schon gesagt. Ja, steht. Mittig. Liedrige Töne. Ach! Halt von lauter Bäumen. Liedrige Töne. Liedrige. Ja, ja, ne, Liedrige. Gibt es dann auch gleich. Ja, stimmt auch. Das ist, ja. Also ich finde, man kann dann schon was kaufen. Ja, stimmt. Das liegt auch ein bisschen an diesem... Der hat schon noch sehr präsentes Tannin. Der hat auch Konzentration. Vielleicht nicht die allerletzten Feinheiten. Gefällt mir aber trotzdem recht gut. Ja, ja, mir gefällt das auch. Der macht mir jetzt richtig Lust zum Trinken. Der hat auch was sehr Fleischiges. Ja. Also da schwirren einem wieder vorm inneren Auge die Steaks vorbei, weil das wirklich... Der hat so diese... Der hat so diese... Der hat so diese... Der hat so diese saure von gutem Rindfleisch. Das ist... Und es bleibt sehr fest. Das ist wirklich zum Kauen. Und es hat auch wirklich Länge. Das sind auch 90. Also dazu... Das ist der Steak, glaube ich, ideal. Das ist richtig herb. Das ist kompromisslos. Das hat was sehr Salziges hintendran. Gefällt mir sehr. Ja. Und das ist der Heidle. Das ist der Karl Heidle. Aber dieses Mal mit seiner Gernhalde. Und zwar ist das der Städtener Mönchberg Gernhalde Lemberger Großes. Gibt es 2,15. Eih. Gehen wir auch fast noch mal an der Luft noch mal probieren, oder? Nein. Du willst es mit Haie nehmen? Nein. Wir probieren ihn dann. Wir probieren ihn am Schluss noch einmal. Weil da weiß ich nämlich... Ich bin mir nicht sicher, ob die 90 reichen. Weil das ist ja schon ziemlich lang. Nein. Also das wird sich natürlich gönnen. 3,4,6,0,9,5. Das bleibt auch unheimlich lang stehen. Der wird mir zum Feierabend schminken wollen. Ja, passt schon. Passt schon, passt schon. Ist schon ein Schacht drauf hier. Wir arbeiten noch bis Sonnenuntergang. Und dann werden wir das nochmal probieren. Ui. Das wirkt auch noch verschlossen. Aber es wirkt fest, tief und sehr, sehr klar. Auch noch ganz... Okay. Klar, die Frucht, aber das hat auch noch so diesen ganz leicht reduktiv-animalischen Ton. Also leicht rauchig finde ich das nicht. Ich finde es sogar recht rauchig. Das erinnert mich so mit vielen, wenn du so neben dem Smoker stehst oder so. Wenn du dann so... Ja. Wenn du dann so rauchst. Ja. Da ist aber dann der Fleischton schon mit drin. Vor allem ist das... Ja, ja, ich habe ja... Ich habe ja nur dich unterstützt. Bitte. Das ist recht tief und es ist recht fest und es ist recht komplex in der Nase. Wir haben Kaumen. Hier ist die Frucht einerseits sehr saftig und sehr straff. Auf der anderen Seite hat er so ganz leicht marmeladig eingemachte Noten dabei. Das Holz ist so ganz leicht schokoladig, aber es ist überhaupt nicht aufdringlich. Also die Frucht überwiegt das sehr, sehr deutlich. Ein bisschen so süßliche Kaffeetöne hat das hinten raus, gell? Ja, wie so ein gezuckerter, ne? Ja, oder überhaupt Kaffeesorten, die ein bisschen süßeres Aroma haben. Also ich finde es sehr angenehm, vor allem das kleidet den Mund total aus. Es hat unheimlich viel Saft, das es konzentriert. Und hat so eine Mischung aus eingemacht und frischen Aromen. Ja, aber ich finde es hat auch wieder, aber was sehr elegant, zettrig ist. So eine ganz milde, angenehme, überhaupt nicht aufdringliche, allgemein, entschuldige, weil ich meine, merkst du schon eine gewisse Harmonie. Gewiss, das ist eine tolle Harmonie. Das ist eine tolle Harmonie. Das hat einen tollen Zug. Dann kommt wieder diese Granatapfelfrische auf der anderen Seite. Ein perfekt eingesetztes Holz. Und das spielt sehr lang hinten raus. Da reichen mir 91. Das sind zwei. Ich wäre jetzt bei drei gewesen. So hoch gleich, dann müssen wir es nochmal probieren. Jedenfalls ist es sehr, sehr gekonnt. Also ich hätte jetzt auch mal zwei gesagt. Also es hört sich mal so an, als wäre ich im Selben irgendwie. Aber für drei fehlt mir hinten raus da irgendwie so ein kleines Schwänzchen. Also ich finde schon, dass ich die Struktur und vor allem auch die Finesse vertreibe. Und er ist ja auch morgens lang. Ja. Die Kraft. Die Frage ist wirklich, ob die letzte Tiefe dabei ist. Wir geben dem noch ein bisschen Luft und probieren ihn nochmal. Aber zwei hat er auf jeden Fall. Diese, was mich total, was mir total gefällt, ist diese betörende, frische Saft, den der da einfach ewig stehen bleibt, der überhaupt nicht aufhört. Also das ist ganz, ganz toller Lämmler. Puh. Das macht Appetit. Sind wir fertig? Ja. Ah, okay. Aber zeigen muss ich mir. Ja. Ah. Das ist... Wir sind wieder beim Rainer Schneidmann. Das ist sein Fellbacher Lämmler großes Gewächs 2015. Okay, das war es dann auch für heute. Wir gehen ins Wochenende. Das heißt, die Damen gehen ins Wochenende. Ich bin wieder hier wahrscheinlich. So wie das. Ich muss ein bisschen jammern jetzt gerade. Oh. Genau. Wir sehen uns auf jeden Fall spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.